Willkommen zu der ersten Folge des Law & Talker Podcasts in dieser neuen Version nach längerer Pause aufgrund anderer Umstände in Form des Referendariats, aus dem ich nun mehr oder weniger erfolgreich. Dazu sehe LinkedIn und sehe auch eine Folge, die ich gleich noch ankündigen werde. Aber ja, so oder so, der Law & Talker Podcast ist zurück und ich möchte diesen Podcast jetzt wieder regelmäßig machen, fortführen und freue mich dazu, einmal einen kleinen Teaser zu geben und das Konzept vorzustellen, was ich mir gedacht habe. Ideal, das vorangestellt wäre es, wenn ich es schaffe, in diesem Podcast einen Dialog oder Trilog etc. Multilog zu etablieren, dass nämlich nicht nur ich hier rede, sondern auch Gäste und andere Leute mit mir hier in den Austausch kommen und diese Folgen dadurch bereichert werden, dass man Diskussionen führt über alle möglichen Themen. Insbesondere aber über Themen des Rechts natürlich. Das ist in erster Linie immer noch ein Law, also ein Rechtspodcast, in dem ich mich aber nicht speziell festlegen möchte, welches Rechtsthema oder Rechtsgebiet hier allein behandelt wird, sondern ich möchte über alles Mögliche reden, was mir unter die Flinte kommt und was ich interessant finde und was andere Leute vielleicht auch interessant finden, die mit Vorschlägen auf mich zukommen gerne. Das kann dann von Rechtsphilosophie bis zu aktuellen rechtlichen Themen gehen. Ich bin aber im Kern medienrechtlich geprägt und habe darauf im Schwerpunktstudium und auch in meiner Referendarzeit den Fokus gelegt und bin auch sehr interessiert an aktuellen Themen aus medialer Sicht, die mit Recht zu tun haben. Dazu gehört KI, dazu gehört Legal Tech, dazu gehört eben Medienrecht insgesamt, alles was mit Presserecht, Urheberrecht und so weiter und so fort zu tun hat. Datenschutzrecht, das sind Themen, die mich am meisten auch praktisch persönlich interessieren und über die ich daher wahrscheinlich wohl oder übel, wie man es nimmt, hier primär reden werde. Das kann auch von allgemeinen Erwägungen und Ideen und Gedanken zu konkreten aktuellen Ereignissen und Entscheidungen hinreichen. Da ist auch in dieser Hinsicht das Spektrum breit gestreut oder soll breit gestreut sein. Dann möchte ich aber auch etablieren, dass man hier Bezüge zwischen Recht und Kultur herstellt, insbesondere zu Literatur, zu Filmen, zu weiterer Kunst, die vielleicht auch erst auf den zweiten Blick rechtliche Aspekte betreffen, wo aber immer wieder Bezüge herzustellen sind. Sehr interessant fand ich, ich weiß nicht, ob ihr es mitgeregt habt, die jüngsten Entwicklungen dahingehen, dass man das Themengebiet, was im angloamerikanischen Raum etablierter ist, Law and Literature, auch in Deutschland entdeckt. Dazu ist zum Beispiel jüngst, das ging medial auch sehr weit, eine Dissertation zu Bezügen zwischen Harry Potter und der NS-Diktatur veröffentlicht worden, die auch für viel Kritik gesorgt hat, die ich aber meiner Ansicht nach, so viel sei hier nur verraten, für unberechtigt halte, weil ich dieses Feld Law and Literature extrem spannend finde. Denn aus Kunst, aus Kultur generell lassen sich manchmal, meiner Ansicht nach, wesentlich dediziertere und bessere Urteile und Erwägungen heranziehen als aus unserem doch recht schnelllebigen und auf pontierte und manchmal wenig durchdachte Beiträge ausgerichteten politischen und sonstigen gesellschaftlichem Alltag. Deswegen soll auch darauf der Fokus liegen oder die Kultur wenigstens eine Erkenntnisquelle für diesen Podcast und für rechtliche Bezüge, die dann darüber herzustellen sind, sein. Außerplanmäßig möchte ich aber schon ankündigen, dass es alsbald eine Sondervolge geben wird und zu meinen Erfahrungen, meinen persönlichen Erfahrungen und meinem Umgang mit dem Referendariat und dem zweiten Staatsexamen, aber auch allgemeinen Erwägungen, wie dieses meiner Ansicht nach reformbedürftige Konstrukt Referendariat und zweites Staatsexamen behandelt werden sollte und wie man möglicherweise auch eine Reform angehen sollte. Und dazu bin ich auch sehr auf den Austausch gespannt, was für diese Sonderfolge, aber auch generell für diesen gesamten Podcast gilt. Das ist ein persönliches Projekt von mir, das aber gerne zu einem allgemeineren Projekt wachsen darf und soll. Und ich danke für alle, die zuhören und danke allen, die auch insofern einen Beitrag leisten, als dass sie mir Input geben, als dass sie mir Rückmeldungen geben. Und ich freue mich, wenn ihr am Ball bleibt und wenn das in irgendeiner Form positiv aufgenommen wird oder überhaupt in irgendeiner Form aufgenommen wird. Vielen Dank und man sieht sich in den kommenden Folgen. Wie gesagt, als nächstes die Sonderfolge zum Referendariat.